Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Assassin's Creed Odyssey. So meine Freunde, Elpinor ist immer noch im Fokus und ich denke mal ich habe mit ihm eine Rechnung offen. Und da haben wir, dort ist wieder eine Quest und ein Anführer. Gehen wir mal schnell zu dieser Quest hin und dann gucken wir mal, wo dieser Anführer sich rumtreibt. Was für gute Nachrichten. Ist er gesund? Wie geht es der Mutter? Mutter und Sohn geht es gut. Also gibt es einiges zu tun. Der Vater ist Befehlshaber. Er muss benachrichtigt werden. Auch muss den Göttern zum Dank ein Ziegenopfer dargebracht werden. Und du willst, dass ich ein paar Ziegen schlachte? Nein, ich rede von einem Botengang. Hm, okay. Ich helfe dir. Du hast mein Wort. Bei Zeus. Danke. Die Götter seien mit dir. So. Was, äh, Bodengang. Ja. Hm. Na, gehen wir mal da hin. Eigentlich will ich mir mal den hier anschauen. Komm, wir gucken uns mal den Befehlshaber da an. Vielleicht können wir da die gleich mal ein bisschen schwächen hier. Da bewegt sich die Aufwand. Ja, ja, ich gehe ja schon. Ja. 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 Wir kriegen die nicht eliminiert. Ähm. Ja. Ja, mach's Breakdance, wa? Okay. Wollen wir's probieren? Äh, ich hab doch gar nichts gemacht. Also, noch nicht. Das ist so ein bisschen cooler. Alter. Okay, lösen wir ja schon. Oh, ey. Ja, das war, äh, absolut ne bescheuerte Idee. Tut mir leid, wenn ich das sagen muss. Okay, da sind wir noch nicht so weit. Äh, das ist, äh, 4 gegen 1 ist, äh, nicht nett, muss ich sagen. Äh, okay, macht nichts. Äh, ein Versuch war's ja wert. Aus Fehlern lernt man. Heißt das so schön. Okay, ähm. Guck mal, da ist auch noch ein Fragezeichen. Tun wir das auch mal uns anschauen. Ein Gymnasium. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Mhm. Naja. Okay, gehen wir mal weiter. Wir müssen ja auch Elke noch hinten. Da ist nun mal ein Fragezeichen. Ich würde ja schon gerne den Befehlshaber hier irgendwie wegkriegen. Okay. Ähm. Ja, wir machen auch folgendes. Wir kümmern uns. Einfach weil, das könnten wir uns Gymnasium. Da kommt gleich einer. Oder auch nicht. Aha. Danke. Oh. Er kriegt gleich eine Feuerbestattung. Okay. Da läuft der Nächste. Oh. Okay. Probier mal das Anderste. Wo läuft der hin? Da. Es sind zwei. Der pennt wohl im Stehen, oder? Okay. 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 Ja. Ist gut. Okay. Ja. Und wenn wir schon hier sind, sammeln wir auch alles schön ein. Und da ist wahrscheinlich auch der Schatz. Dann ist das Gymnasium mal erledigt. Und Gymnasium, ist ja sowas ähnliches wie ein Gymnasium wahrscheinlich. Und wir haben neue Ausrüstung bekommen. Die ist ein bisschen besser. Ziehen wir an. Ich finde Elpinor. Delphi. Ja, das ist natürlich auch noch was. Anführerhäuser müssen wir auch machen. Ah, stopp. Gut, ähm, jetzt gehen wir mal zu dem, ich weiß nicht. Ich würde ja schon gerne den Anführer da irgendwie erledigen. Der ist mir jetzt ein bisschen zu sehr bewacht. Komm, wir machen einen auf Langfinger hier. Solange es keiner sieht. Entschuldigung. Ziegenkäse. Ziegenkäse. Ist auch was Leckeres. So. Wir bewegen uns mal Richtung Wiesen-Fragezeichen. Und gucken mal, was uns da hinten erwartet. Lager der Bogenträger. Okay. Die Mama andersrum. Gehen wir mal andersrum. Uh-oh. ich bin wenn ich brenne so es hör mal auf zu brennen hier ist das hier auch erledigt ja nur der hartes bruder was glaubst du eigentlich wer du bist du kleiner stinker ich will mich mal nicht zu weit jetzt entfernen ach die zwei schlägern sich immer noch ich kümmere mich mal um das haus hier ok wie sieht es hier aus alles klar guck mal drei schätze und kriegsvorräte und ein befehl zauber bis jetzt habe ich noch keinen einzigen gesehen hier aha ja klar ja man war es bloß noch eine wache wo ist die andere hier da drin ist ein bisschen was los ok gehen wir nochmal außenrum hier was da ist hallo oh die brennen ja alle gleich gibt es immer gleich eine feuerbestattung hier das sind kriegsvorräte die spartaner werden ziemlich wütend sein da ist der chef was bist du der geier ist schon da die geier warten schon badewanne okay aha aha was haben wir denn hier ja okay dann würde ich sagen kümmern wir uns um den der hier im hof rum schleicht ja 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 jetzt ja 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 Dreck aus, Adiosos. Geh jetzt zu dir, junger Mann. Oh, jetzt werden wir noch ein bisschen viel. Ach du... Nein. Das tat will. Eieieiei, wo kam die denn jetzt für alle her? Hoffentlich müssen wir nicht alles normal machen. Ja, toll. Müssen wir. Will ich einem Kampf entgehen, muss ich versteckt bleiben. Das Lager ist ja erledigt, ja. Okay. Ich würde sagen, hier an dieser Stelle macht mal Schluss. Ich würde mich schon mal in... zum Haus da begeben. Und... Ja. Ich werde mich melden, wenn ich dort bin. Ich bedanke mich mal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau.